das war einfach und er hatte mal da hat der spieler gut mitgespielt und fängt den pass ab gut gemacht den ball holt er sich also ausgeglichen ist definitiv anders und jetzt laufen die zweiten 45 minuten die erste hälfte war eine klare angelegenheit ich bin gespannt ob sie noch mal ins spiel zurückkommen den ball holt er sich vollkommen problemlos gerbert parker souverän er hat den ball schießt er in rhein gut gedacht aber dann geht der ball doch ziemlich daneben er nimmt den schoß aus der entfernung klasse auch wenn er knapp vorbei geht könnte gefährlich werden jetzt schießt er und sie verkürzen noch mal ganz ganz bitter für den keeper den wollte natürlich ganz anders haben ja aber fehler passieren nun mal wichtig ist dass er jetzt konzentriert weitermacht und es im weiteren spielverlauf natürlich besser macht neuer spielstand jetzt also 41 das macht er sehr gut kein gutes zuspiel hier der geht ins seitenhaus oscar ist zu atletico madrid gewechselt und verlässt tscherzi acht ganz ehrlich ich freue mich unglaublich für ihn ich glaube tatsächlich der wechsel wird ihm richtig gut tun partie ist unterbrochen es gibt einwurft bei luli gibt jetzt dadurch und er schießt jetzt gibt es hier strafstoß klarer elfer und leider für ihn auch klare gelbe karte und er wurde ja bereits verwarnt deshalb ist jetzt feierabend der ball das macht er mit viel glück aber vor allem mit viel geschick ja eigentlich haben wir hier zwei in etwa gleich starke mannschaften aber wieder so ist im fußball da kommt der schuss ganz starke aktion vom torhüter gleich bringt er die ecke rein und er gibt elf meter der sauber versenkt den verwandelt er sich ja oder hat er seine nerven im griff und trifft vom punkt einseitige nummer sie liegen ganz klar vorne er versucht den ball kann der torwart aufnehmen gute aktion gut geklärt der ball ist draußen es gibt einwurf tüscher jetzt und da holt er sich den ball er schießt das ist noch gefährlich wichtig dass er hier an den ball kommt es war den ball hat er sicher vom torwart gut gemacht da ist er aufmerksam und hat den ball klasse schießt er in rein guter schuss aber er hat pech der ball geht knapp vorbei der ball geht an die hand abgepfiffen ganz klar das musste der schiri geben ganz wichtig er hält den ball fest nicht gut vom torwart gutes tag legen gute zweikampf führung es war jetzt kann er sich den ball zum einwurf holen und wieder einwurf heulen traurig parker jetzt will er in den ball abnehmen kai ubi schuss die kochball starken sind mit vorne gleich kommt die ecke gut gemacht den ball hat der torwart sicher kein guter abstoß der gegner ball schussversuch ganz souverän hier vom torhüter da kommt er mit der faust an den ball guter aktion jetzt geht es mit einem einwurf weiter bei luli bei ubi sie holen sich den ball tücher gab und weiter spielen er doch vorteil entschieden jetzt ist er auf und davor tor ist leer und da lag er richtig auch Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war einfach und er hat den Ball Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball Sehr gut reingespielt Gute Flanke, aber mindestens genauso gut vom Verteidiger Dembélé Kerne Entschlossen geklärt Und nun ein Schuss Der Ball war abgefälscht, also gibt es Ecke Und diesen Ball hat er sicher Klasse vom Torwart Und jetzt Beckhoff Und die Flanke kann er nicht richtig verwerten Nee Kommt zwar mit dem Kopf dran Aber ohne Druck, keine Gefahr Aus und vorbei Der Schießrichter hat abgepfiffen Einseitiges Match Klarer Sieger Sind wir uns einig? Ja, sehe ich ganz genauso Da zieht er ab Und da haben wir es Das Tor Und da haben wir es 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020